Heyho, hier ist Ranja und wir spielen heute etwas, was ich wahrscheinlich nie gedacht hätte, was wir tun. Wir spielen heute Fortnite mit Tops und Flo und Julian. Yay! Ich bin kein Fortnite-Profi, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit diesem Spiel. Und ich bin gespannt, wie gut-schlecht ich abschneiden werde. Wahrscheinlich schlecht, okay? Ich will hier keinen Hate hören, ich habe es mir gerade erst runtergeladen wieder. Und was man vielleicht noch daran erkennt, dass ich den schönen Default-Skin habe und keinen einzigen Tanz freigeschaltet habe. Das ist scheinbar ein Ding in Fortnite, okay? Mal gucken, wie es läuft. Los geht's. Okay. So, ich tanze jetzt. Juhu! Juppidu! So, eine Freude! Was hat sich beim Busfahrer bedankt? Wie bedankt man sich beim Busfahrer? Mit B, wer ist B? Alles klar. Aber ich war nicht dabei. Wo springen wir ab? Ihr seid die Experten hier. Ich würde gerne zu dem roten Feld da hinten springen. Alles klar? Wir springen bei Tops im Haus ab. Was? Wo ist das? Also, wir springen ab in drei, zwei. Das, 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 das. Raus, raus, raus. Oh, ich sehe, ich sehe, ich sehe, okay. Ich fliege zu Julian und Flo, ich habe keine Ahnung, wo du unterwegs bist, Tops. Ich sehe die mich, wo ist das? Okay, wir sind jetzt hier zu diesem kleinen, aber feinen Dörfchen unterwegs. Ein Sturm braut sich zusammen. Das ist das, oder? Warte, wo geht ihr hin? Wir gehen genau da hin. Wir gehen genau da hin. Was sind gute Lootplätze? Oh, hier leuchtet was. Oh, genau wo mein Leuchtings ist. Ich habe ein Leuchter geversehen. Oh, hier ist keiner Neut von uns. Doch. Fortnite-Experte, by the way. Oh nein, oh nein, okay, das bist nur du, Flo. Ey, Ronja, Ronja, komm mal, du hast den besten Skin der ganzen Welt. Ich habe den Default Skin. Ja, ja, ja. Ich kenne mich bestens aus. Okay, ich hacke jetzt erstmal Holz. Das ist nämlich wichtig in dem Spiel, habe ich gehört. So. Ich habe mir mein Bound immerhin auf Maustasten gelegt. So. Oh, ich habe direkt was gefunden. Munition, bin ich euch schon mal weit voraus. Bam. Ich habe das einzige Battle Royale, was ich gespielt habe bisher. Oh nein, die Kistar habe ich ja schon gesehen. Wenn Gegner siehst, dann schreibst du, okay? So wie ausgemacht. So wie ausgemacht. Oh. So wie der Pizza-Vögel. Was höre ich denn die ganze Zeit für Töne da? Was ist denn das? Ist das Tops, der tanzt? Nein. Das ist nicht schön, Tops. Warte, 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 Ronja, ich habe was für dich. Ich brauche jetzt die OP-Kist. Oh, Flo kennst du schon, Flo? Ronja, ich habe was für dich. Was hast du für mich? Wo bist du? Hier. Hier gibt es Quatsch. Oh, hallo. Nein. Juni. Geweck. Ich brauche, ich habe was für euch. Schön dran. Was ist die Quatsch? Grinz. Was ist das? Was? Wie trinke ich den Chill-Trank? Ey! Das ist ein Motorrad, nur mit vier Rädern. Warte, warte, jetzt bin ich hier eingesperrt. Oh nein. Warte, ich bin beschäftigt. Ich trinke den Chill-Trank, ja? Oh, habe ihn aktiviert. Mit Links-Klink. Ist böse im Busch. Ah, das tut gut, ha? Heißt du ein Gegner oder was ist das? So, jetzt? Du hast Dynamit gelegt. Ich habe das gemacht, Alter. Ich habe das gemacht, Alter. Das riecht den auf. Oh, ich bin zu low. Okay. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Drei Noobs und ein, äh... Oh nein, ich bin gefallen. Okay. Wisst ihr, was sinnvoll wäre? Oh, was ist das? Eine Waffe zu suchen. Oh, na, guck mal hier nach hinten. Ich kann hier nicht nach hinten gucken. Ich bin auf der Suche nach einer Waffe. So, und jetzt spring hier rüber. Siehst du, siehst du das auch, dass die Kunkel wieder schwebt? Ne, ich baue mich jetzt hier rüber. Was ist das? Das weiß niemand so genau. So. Können wir wieder hingehen? Können wir wieder hingehen? Äh, ich merke es ja jetzt hier wieder auf meine Spitzhacke. Habt ihr irgendjemanden? Also Flo, es tut mir leid, aber der Absprungpunkt hier war schlecht gewählt. Nee, 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 guck mal hier. Nee, ich hätte nämlich gerne eine Waffe. Aber ich habe keine Waffe. Wir haben Autos, weil kein Autofahrt. Ey, das wollen wir doch fahren, oder? Ja, komm, Ronja. Das Auto hier ist mal kaputt. Wo ist er rein? Den Gruppen an der Asche. Greifen! Den Gruppen an der Asche. Da stehen noch zwei. Komm, steig mal auf, Ronja. Steig auf. Passagier! Ja. Wo ist ein Auto? Da hinten. Folg mir, Flo. Oh, da sind ganz viele. Oh, nice. Oh, abgesprungen. Und zack, eigener als Auto. Kann man mit dem Auto Leute töten? So, wir sind jetzt eine Motorradgang. Aber nicht auf Motorrädern, sondern auf Quads. Wir sind eine Quadgang. Alles klar. Aber sehr verantwortungslos. Sie fahren hier ohne Helme. So, warte. Wenn man Tab drückt, sieht man... Ne. Ich wünsche, ich hätte Loot. Wie macht man Boost? Leer-Taste. Wow! Ich bin nicht gegen das Auto gefahren hier. Oh. Kein Auto. Ich bin ja auch gegen nichts gefahren. Okay. Wichtig ist jetzt... Wo sieht man seine Holz? Oh, ich habe nur 92 Holz. Das ist natürlich kritisch. Wie viel Holz habt ihr so? Tja. Würde mir stinken, wenn ich so wenig Holz hätte. Oh mein Gott, das ist so geil. Da war eine Kiste. Da war eine Kiste. Erdäme ich mit. Wo ist eine Kiste? Oh Gott. Ich bin kein Fan von der... Oh, nein. Und ihr seid da unten? Okay, wir sind jetzt hier unten scheinbar. Ich komme. Oh, sie wollte gerade einen Stump machen. Habt ihr... Okay, ihr habt das nicht gesehen. Aber das ist so. Oh, wow. Facts. Ey, Ronny, wo bist du? Ich bin hier. Ich habe gerade... Boost gekriegt für irgendwas. Alter, Ronny. Weil ich in der Luft war. Weil ich gestuntet habe. Was passiert denn hier? Guck mal, guck mal. Das Auge des Sturms wird gleich kleiner. Hallo. Ich will hier nicht rumeiern. Ich will hier gewinnen. Nee. Nicht, dass das hier... Äh... Fall drüber kam. Aber Satz für Dix. Äh, so. Ich wollte hier nur... Ich wollte hier nur sagen... Äh! Ich komme ja! Ey, 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 ey! Immer mit der Ruhe! Ich bin nach Ruhe! Heißt du? Ey, hier ist Shifty Chef! Ronny, einfach genau... Shifty Chef! Ronny, du weißt schon, dass du... Ey, war Shifty Chef nicht woanders? ...nach oben fahren kannst, ne? Das war immer schon da. Nee, das ging eben. Ist mir egal. Ich brauche das blöde Auto nicht. Das habe ich nicht nötig. Ich baue mich hier hoch wie der wahre Fortnite. Neiter es tun würde. So. Ja, ne? Wie nennt ihr euch so, euer Völkchen? Äh, Epic Gamers. Ah, okay, entschuldige. Epischer Sieg. Epic Winners. Ich habe gedacht, äh... Alles klar. Ich habe immer noch keine Waffe, by the way. Oh, ihr seid da im Dorf. Du hast keine Waffe? Nö. Sag ich das schon die ganze Zeit. Aber das ist nicht schlimm. Beifuß, komm. Gib mir ne Waffe. Hier, komm. Okay. Oh nein, es ist alles okay. Ich hatte mich. Oh nein, du hast mich runtergeschubst. Ah, wenn ich ster... Oh, hier ist ne... Achtung, aufgepasst. Ich habe ne Kiste gefunden. Hängegleiter. Jagdgewehr. Hängegleiter. Lass auf, lass ne Waffe, lass ne Waffe. Jagdgewehr. Noch ne Waffe. Zack. Ich seh es jetzt. Ist wirklich so ein Ding. Warte aber schon mal. Noch ne Waffe. Taktische Schrot... Schrot? Taktische Schrotpistole habe ich gesagt. Ah ja, ich habe ein Saft für dich. Was? Oh ja, ich habe einen blauen Saft. Einen blauen Saft. Noch einen blauen Saft, Mensch. Ist ja schön, da freue ich mich auch. Jetzt weiß ich auch, wie man den trägt. Mit links klicken nämlich. Zack. Hä, was ist das für eine Kuh? Da fühlt man sich doch gleich erfrischt nach so nem leckeren blauen Saft. Oh, ich seh gegner. So. Warte. So, wo, 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 wo? Der hat Luftballon. Flo, das hilft nicht. Wo? Easy kill. Free kill. Ah, es sieht fest. Free kill habe ich gehört. Alles klar. Aber ich glaube, der ist ein Noob. Ja, der ist definitiv ein Noob. Ah, den haben wir, den haben wir nicht mehr. Der baut. Der darf nicht bauen. Und der hat nicht down. Oh, Tops. Tops, warum bist du so schlecht? Wo? Genau, finischen. Oh, meine Waffe ist leer. Keine Sorge, mein Strohgewehr. Oh, Gott, ich treff den nicht, weil der im Boden krabbelt. Ah, hab ihn. Oh, mein Gott, ich hab meinen auch gekillt. Okay, wo ist der andere? Ich werd von links abgeschossen. Da ist noch einer. Bei dir sind Treppen. Oh, nein, ich bin tot. Okay, Ronja, ganz ruhig. Tief durch, Abwand. Oh, nein, der Sturm kommt. Nein. Eins los, eins los. Help me. Ich hab keine Ahnung, ich bin tot. Flo. Oh, ist die Fluffließe mit deinem komischen Luftballon gar. Oh, nein. Eliminiert von Streamer 337. Eins, 337. Nee, ohne eins. Einfach nur 337. Ja, schade. Okay. Ähm. Ich sage, diesmal bedanke ich mich nicht beim Busfahrer. Das hat nämlich nicht gut geholfen, letztes Mal. Das ist lazy rechts. Das ist lazy rechts. Instagram. Okay. Wer ist der Busfahrer eigentlich? Äh, wo gehen wir jetzt hin? Rechts. Ganz weit hinten. Ja, aber lass doch, lass doch ein Schneegebiet, oder? Nee, nee, wir sind jetzt hier ganz weit weg. Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt da, wo die Marker sind. Ja, für die Marker. Ey, aber da gibt's Autos, oder? Da gibt's Autos, ja. Da gibt's die schönen Gold. Ey, was ist der Block? Lass du das doch hin. Bringt das, was du nicht das mache? Bin ich jetzt schneller? Oh, warte, jetzt stürzt du doch ab. Ich bin sehr verwirrt. Ey, wollen wir zu der Block? Oh, warte, hier ist jetzt jemand. Ich bin verwirrt. Ich panicke. Keine Sorge. Ist doch auch schön, nicht wahr? Okay, bei Block bin ich jetzt. Eron, ich bin direkt bei dir. Was ist das? Das ist eine richtige Spinne? Die gute Nachricht ist, jetzt holz ich mal ein bisschen Bäume ab. Eron, ja, schau mal. Was denn? Ich glaube, das ist eine Community-About hier von Stromhack oder wie der heißt. Stromhackler. Bist du den Stromhack? Oh nein, jetzt würdest du, ja guck mal, jetzt denkst du dir, oh, und hätte doch jemand nur Holz schon gefarmt, um eine Treppe zu bauen. Da habe ich nämlich schon den Baum abgeholzt. Ich bin so ein guter Fortnite-Spieler. Holy moly, ich soll so eine Profikarriere starten. Alter, schau dich mal an, das sieht ja übel, das ist cool aus. Das ist alles Holz, alles meins. Baum, Baum, Baum. Bitte, du bist schon drin. Oh, jetzt ist wichtig, dass ich diesmal auch eine Waffe fände. So, viel tschüss. Gibt es hier Autos? Okay, jetzt hier hoch. Ich brauche keine Tränken. Ich bin mehr so auf einer Waffe. Ich habe eine Falle gefunden. Ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Ich werde sie nicht benutzen. Oh, du explizitierst was. Ja, was ist das? Oh, ich sage dir Trick. Was denn? Sag, den kleinen zuerst und die großen dann danach. Mit wem denkst du, redest du? Ich bin ja kein Noob. Ha, ha, ha. So, irgendwie schon doch. Der hat ein Ziel für einen Raufflug. Jeder weiß, dass man mit dem kleinen Schildtrank nicht über 50% kommt, also. Oh, Ronja hat ihre Studien gemacht. Ja, was für Studien. Ja, die studiert nicht. Ist Ronja ein Doktor? Ronja! Ja! Was denn? Was soll ich denn die ganze Zeit nehmen? Ich bin jetzt hier ein bisschen überfordert. Revolver mit Ziel und Rohr habe ich jetzt. Nice! Das... Ronja, jetzt ziehst du mich? Ja. Oh, du ziehst du mich nicht. Oh! Man kann in die Büsche? Okay, wir sind Buschcamper. Alles klar. OP Strat. Confirmed. Ey, hier sind Chips. Okay. Lass uns mal nach Lazy Links. Nach was? Ah, der ist in den Balloon. Wir Dingen sind's. Nee, ich möchte das nicht. Oh nein, das war ein Fehler. Oh nein, Ronja. Oh nein. Was? Oh nein. Oh, was? Flo! Äh, Flo, was ist das? Ich hab's. Wenn du einen hast, überlebt, ist es. Was hast du da getan? Wie ist das passiert? Wo ist Julian? Warte, Julian, ich komme dich retten. Wui, wui, wui. Oh nein, Flo. Egal, ich gehe jetzt erst Julian retten. Ja. So. Chaos, Flo liegt nach einem Sturz am Boden. Eieieiei. Ich sag Julian, das ist unsere beste Chance auf einen Sieg. Deswegen belebe ich dich zuerst wieder. Selbst wenn du jetzt nochmal stirbst, belebe ich dich vor Flo. No hate, natürlich. So, ich bin ein Wiederbeleber. Flo, sag mal. Äh, nee, Chops. Na, was dann? Wo hast du eigentlich deine Waffe gefunden? Äh, die hab ich in der Kiste gefunden. Wo hast denn du die Kiste gefunden? Da hinten ist zum Beispiel eine. Guck mal, Ronja, die leuchtet so ganz golden. Und da musst du eh drauf drücken. Ich seh die nicht. Ich seh die nicht. Ich hatte schon mal ne Kiste. Ich will ja nicht angeben, aber ich hab schon mal eine gefunden. Ich hab auch mal ne Kiste gefunden. Loh mal, komm, Junge. Wahrscheinlich kriegst du dir zu wissen. Ich wüsste nicht, wo du bist. Du siehst mich doch, wenn du dich umdrehst, da siehst du unseren Namen blau. Alter, sind hier viele Kisten. Ich guck aber nicht auf deinen Namen. Ich seh hier einen anderen blauen Pfeil. Ich folge dem. Hinter dir, hinter dir. Ist mir egal. Ich hab nen neuen Plan. Oh nein. Kein guter Plan. Oh, neuer, neuer Plan. Warum? Äh. In der Zone. Oh, stimmt, ja. Das ist Schneegebüch. Wir müssen jetzt langsam mal bemoven wegen der Zone. Sag ich als euer Team-Captain. So wie sie es dann nannte. Ey, Ronja, du bist jetzt offiziell unsere Heilerin, okay? Ja. Ich will nicht eure Heilerin sein. Ich hab ein Radio! Ja! Was macht das Radio? Ich hab das Radio geworfen. Was bringt das? Oh nein, es explodiert! Was? Warum? Okay, ich hab... Das hier. Das Radio macht das hier. Oh, oh, oh. Das höre ich gern. Wo bist du? Taps, wo bist du? Taps, wo bist du? Drück mal M, dann siehst du es. Dann weißt du, wo du langklappst. Oh. Oh. Ich hab's die ganze Zeit mit Taps versucht, aber nicht geklappt. Ich bin so Taps gefühlt. Okay, kein Problem. Ich sehe noch keine Gegner. Das heißt, es ist eine gute Runde. Eine ruhige Runde. So, ich habe... Aber das heißt, die Gegner können uns vielleicht sehen. Nein, nein, nein. Die Gegner töten sich doch alle gegenseitig schon. Hey, wo bin ich? Wie komme ich raus aus diesem riesigen Dings? Gar nicht. Alter, vier. Wichtig ist jetzt... Oh, Waffe. Alter, vier, Mann. So soll ich... Schlürftschrank. Noch mehr Ammo. Ich hab gesagt, das ist eine Spinne, aber das ist in Wirklichkeit... Oh, und verbannt. Ja. Ein Centipede. Ich bin auch Bauweltmeister, möchte ich nochmal anmerken. So. Oh, hier sind noch mehr Waffen. Okay, ich sollte nicht so auf Waffen fokussen. Ich habe jetzt hier... Warte, ist hier jemand? Ich hole dich. Ronja, 20, Fortnite-Profi. Oh! Ey, wieso läuft ihr weg von mir? Ich weiß es nicht. Warte, stopp. Falsche Richtung. Ihr lauft voll in die falsche Richtung. Wir müssen... Oh nein, oh nein. Ich bin der Rutter gefallen. Ist nicht stimmt. Hier, zum Beispiel hat Frenzis... Folgt der weißen Linie. Sage ich als euer Team-Captain. Hey, Luftballon ist immer nicht geil, ich stimm auf. Was denn? Ich laufe doch. Deck auf. Ne, ich will nicht. Ich will weiter Holz sammeln. Okay, ich komm. Vertrau mir, weil guck mal, die Zeit ist wieder... Ich vertrau dir überhaupt nicht. Der erste Sturm macht auch noch keinen Schaden. Ich bitte euch. Oh, guck mal. Wir haben halt wieder Luftballon. Vor den anderen. Ja, aber die rechnen nicht damit. Wir kommen aus dem Nichts oder aus dem Hinterhalt. Jetzt musst du zum Beispiel aufpassen. Hier sind bestimmt Feinde. Hier sind Feinde. Ich spüre den Feind. Die Präsenz. Okay. Ich kann es riechen. Wie so ein Spürhund. Ne, das war top. Hast du so eine große Nase? Vielleicht was auch top ist. Der stinkt. Der stinkt ja bekanntlich. Ah, danke. Ich hab euch auch so lieb. So. Wir sagen dir nur, dass du den sehr... Absprung. Wir bleiben am Rand vom Kreis. Der Rand vom Kreis ist besser. Und dann gucken wir... Niemand geht... Pass auf. Niemand geht vom Inneren vom Kreis zum Rand vom Kreis. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen gucken wir jetzt nur die Leute, die von hinter uns kommen, von außerhalb des Kreises. Dann kommt die Zone. Dann kommt eh keiner. Wir sind safe. Und dann arbeiten wir uns langsam noch vorne. Okay? Ist das ein Plan? Neu, ich bin magnetisch. Aufgeladen. Gut. Was zur Helle tut ihr da? Wir sind auf dem Fallbike. Leid auf. Warte, willst du Lumpen wollen haben? Nein. Ist es kaputt? Guck mal, da töten sie... Wo sieht man, wie viel noch leben? 37 nur noch. Wow! Wow! What? 37 ist ja... Oi! Ja, von 100, ich würde sagen. Gute Quote, oder? Bin ich unzufrieden. Wenn jemand bei der Ballons klappt, dann bin ich böse. Oh, nein! Oh, warte. Schlesstruck! Jön, natürlich. Ja, war das! Jön. Wie, jemand nimmt meine Waffe. So. Okay. Sehen... Okay, der Kreis kommt von da. Das heißt, wir müssen... Nein, 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 nein! Wo wollt ihr denn hinfahren? Wir sind doch in der Zone. Wir sind doch in der Zone! Habt ihr mir nicht zugehört? Was ist Ronja? Ja, wir sind... Ja, bei... Wir sind gecrashed. Oh Gott, join wieder rein! Oh, du fliegt in die Luft! Schall. Oh nein, Julian ist doch... Julian ist der Bait. Wir werden jetzt bis Leute Julian töten wollen. Ich bin jetzt gecrashed. Wenn sie sich denken, der hackt doch! Ich bin ein Flugzeug als Gegner! Guck mal, nur noch 31 Leute am Leben! Ja, Jön, aber... Kommt hinter uns wer? Ey, wollt ihr mitfliegen? Oh, nicht. Nö. Oh, nein, das war ein Fehler. Äh, Ronja, ich glaube, steck... Ja, steck auf, steck auf bei mir. Warum denn? Ey, wie landet man? Wie landet man? Wir haben doch erst 20... Eine Minute 20. Ja, aber trotzdem. Flo ist schon mal vorgeflogen. Oh, Schiff. Schiff, das stand jetzt. Ich bin grad mit Schiff in den Boden geflogen. Immer dieser unnötige Stress. Oh. Oh nein. Oh. Das ist lila. Ja. Guck mal. Hinter uns ist doch keiner. Wir waren doch safe. Für eine weitere Minute wären wir doch safe gewesen. Ja, Ronja, aber guck mal. So hast du die wunderbare Aussicht. Hier, aber so sind wir wieder im Feindgebiet. Wo seid ihr? Wo seid ihr? In der Luft. Okay, seht ihr Gegner? Ich nämlich nicht, aber sie sind ja hier. Ich seh euch. Das ist schön. Lord, was ist hier alles? Ich sage, ich wechsle meinen Sitzplatz. Hoppala. Ey, geht drunter, Ronja. Ey, siehst du mich? Hallo. Oh. Das haben Gegner gespottet. Aber eigentlich hat er den falschen Gang. Ach, ach so. Wo fliegen wir überhaupt hin? Wir fliegen. Ich würd sagen, wir bleiben... Oh, was für dich. Ey, du könntest schießen, gell? Ja. Aber... Warte, da ist jemand. Da ist ja eine Burg. Das heißt, da muss jemand sein, richtig? Oder ist da jetzt einfach schon jemand tot? Und das sind Interlassenschaften. Ich glaub, ich hab grad... Okay. Mach nicht, dass du es nicht gemacht hast. Tops, stopp. Anhalten. Nicht. Ach so, bist du. Ballekanne! Oh, was? Wieso? Du willst uns umbringen? Er wollte mich umbringen. Ja. Oh. Stopp den Wahnsinn. Okay. Tops, hör auf. Ich will absteigen. Ich bin abgestiegen. Er hat keinen Führerschein, gell? Nur, dass du es hast. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Wow. Nicht mal ein Führerschein. Ja. Okay. So. Okay. Was ich gelernt habe, ist viel Springen. Irgendwie springen wir immer nur auf der Stelle. Aber woher? Und nur die Treppen bauen. Weil die Treppen sind OP. Die Treppen sind wirklich OP. Siehst du? Hab ich gelernt. Okay, hier campen wir jetzt, okay? Okay. Oh, wir campen? Sind wir dreckig Camper? Hier wohne ich. Hier wohne ich jetzt. Ich will hier nicht wohnen. Wohne ich jetzt? Nö. Ich find das nicht gut. Okay. Ich hab ein Jungpaar. Die Frage ist, sehen wir irgendwo die Gegner? Warte auf. Ja. Auf drei ist meine... Ja, ja, aber seht ihr schon welche? Das ist jetzt mal eine persönliche Frage. Weil, irgendwie ist es sehr ruhig. Ich mein, es leben nur noch 16 Leute. Wie ist das passieren? Wir sind einfach nur noch 16 am Leben und wir sind die ganze Zeit einfach nur im Rumdödeln. Was zur Hölle? Was? Ich bin mir nicht sicher. Sicher, dass wir nicht Tutorial gerade spielen? Fühlt sich ein bisschen an wie das Tutorial. Aber es kommt kein... Oh, so baut man. Das andere sind einfach NPCs. Die dann sagen, oh ja. Okay, wisst ihr was? Ey, komm mal, das habe ich mal in einem Buch gelesen. Trader Towers sind wir. Wusstest du dir das? Ich wusste es nicht. Nein, nicht drauf, geh da nicht drauf. Warum nicht? Das wird gar abgeschossen. Von wem? Ich weiß, das weiß ich nicht. Von dem Bär. Aus welcher Richtung? Okay, doch, geh drauf, geh drauf. Komm, komm. Warte, da oben ist jemand. Da oben ist jemand, äh, nordwestlich. Nein, nein, nordwestlich ist jemand. Flugzeug, äh, und bei diesem Bus. Oh je. Oh nein, hat mich... Funky Seas ist es. Funky Seas hat ein Scharfschützengewehr. Ich kann, doch, ich kann zu euch kommen. Ah, pass auf. Ich kenne dich gerade. Ja, ja, ich sehe es. Egal, wir müssen einfach nur auf den Chat gucken, bis irgendwann Funky Seas tot ist. Wir wissen jetzt, wo er ist. Was denn? Ich wusste nichts. Tops, bleib safe. Bei mir ist es nicht. Kommt der zu uns? Ich kann nicht, ich kann nicht. Er ist, er ist neben mir. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Baumeister. Äh, nein. Nein, Flo, bitte. Freifuß. Nein. Bitte hilf mich. Tops, nein. Nein. Ich hätte gedacht am Anfang, dass es Flo ist, weißt du. Komm runter, komm runter. Ich habe doch schon gesagt, dass es nicht Flo ist. Komm runter, wir gehen runter. Ja, ich bin unter Beine. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein, fäng ich sie. So, und das war es auch bei dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann ist er einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Falls ihr mehr Fortnite sehen wollt, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr nicht zuhörst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.